Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider 2 mit mir, TMW Estreph und ja, Tomb Raider 2 The Golden Mask. So, ich hab's schon wieder verbockt. Verdammt, nein! Ja. Passiert nun mal, das wird bald Routine, versprochen. Okay, also, wir sind hier im zweiten Level, Gold des Narren, immer noch, ja. Haben im letzten Part den Granatwerfer eingesammelt, am Ende des letzten Parts, ja. Und, ja, können dann jetzt, sollten dann vielleicht mal jetzt weitermachen, ja, und, ja, ui. Kennt ihr noch dieses Drehen der etwas unter Wasser, ganz genau? Dieser Ventilator oder was unter Wasser? Die legen wir jetzt einfach mal still. Exakt. So, bitte einfach mal da entlang. Im Übrigen, das zweite Secret, überlege ich gerade, das kommt noch, ja, das haben wir noch nicht. So, im Übrigen habe ich auch, äh, gemerkt, dass eventuell meine, der Ingame-Sound ein bisschen lauter ist als meine Sprachaufnahme. Ich, äh, naja, zumindest, wenn ich schieße, dann ist es sehr laut. Aber das ist ja ohnehin nicht so stark verwunderlich, aber... Ich meine halt nur, ich kontrolliere meine Parts ab und zu mal, also, äh, das öfter nur mal, ob sie eben dann auch stimmen, aber auch überfliegsam, aber dann aber auch nur... Nur mal, nur mal ganz kurz. Ach. Ey, wer will mir jetzt hier jetzt an die Gurgeln, ehrlich? Ja, also, falls ihr meint, da sind ein paar, das ist zu laut, der Ingame-Sound, im Gegensatz zu meiner Sprachaufnahme, sagt's mir durch. Per Kommentar. Sagen per Kommentar, ja. Schreiben per Kommentar. Bitte. So. Wir speichern erneut ab. Und wir kommen hier raus. Ja, das ist keine schlimme Gegend hier. Nur nicht... Panisch werden. So, und jetzt holen wir uns nochmal dieses nette Schneemobil zu uns. Gleich, nachdem wir die Fackel eingesammelt haben. Obwohl, das Schneemobil brauchen wir jetzt nicht... Brauchen wir eigentlich nicht. Das ist nur... Bringt uns nur schneller voran. Also, wir müssen damit jetzt eigentlich nicht um uns ballern oder andere durchs Überfahren in Mitleidenschaft ziehen. Komm, wir holen uns einfach mal. Kann ja... Ist vielleicht nicht so schlecht. Einfach nur mal so aus reiner Vorsorge einfach. Komm schon. Ja. Wow. Die Decke sieht komisch aus. Habe ich so nicht in Erinnerung. Aber, okay. Nicht so wirklich. Wenn ich ganz ehrlich bin. So. Einmal hier runter, bitte. Ach ja, genau. Jetzt sind wir wieder hier. Man kann tatsächlich mit dem Schneemobil hier... Hier rum... Kommen. Ja, wahrscheinlich ist der Typ, der hier stand, so nach oben gekommen. So, okay. Oh, warte mal. Da liegt noch was. Oh! Ach, jetzt taucht da plötzlich ein Hund auf. Alles klar. Ja, ja, ja. Ich hab's verstanden. Wenn wir uns also frontal diesem... dieser Öffnung nähern, also diesem... diesem Innengebäude, also in diesem Eingang nähern, kriegen wir Gesellschaft. Aha. Aha. Ich glaube, dass das selbe wäre auch passiert, wenn wir... wenn wir jetzt... äh, wenn wir rausgegangen wären, weil wir dann über den Trigger... gefahren wären. So, jetzt... jetzt kommt dasselbe nochmal. Ha? Seht ihr mal? Nicht so auf die... die Items schielen. Checkt immer eure Umgebung ab. So, jetzt zeige ich es euch. Ja. Baby, ich warte auf dich. Ach! Du wolltest mich also austricksen, irgendwie. Ha. Man hört's aber auch nicht, dieses... dieses Geknatter von dem... von dem Schneemobil. Oder dieses Gratter. Aha. So, das war aber auch jetzt das letzte Mal, dass ich mit euch... mit Schneemobilen rumgespielt hab. Jetzt ist Schluss hier. Hopp! Bam! Hu, 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 hu. Nein. Doch. Ja. Oder auch nicht. Hast recht. Das... dein Tagebuch gehört nicht da rein. So, jetzt aber. Jetzt kommen wir zum Secret Nummer 2. Exakt. Und nein, wir haben es noch nicht aufgehoben. Das... nur weil der Sound jetzt abgespielt wurde, heißt es nicht, dass wir das Secret jetzt haben. Nein. Wir... holen es jetzt. Nur Bares ist Wahres. Das ist die... Philosophie von Tomb Raider 2. In Sachen Secrets. Ja. Ja. Und... Moment. Ah ja, wir haben wieder genug Schuss mit der Automatik. Das freut mich. Höchstens. Ja. Und Vorsicht. Da. Und noch einer. Da ist ein 3. Ich weiß es. Da. Habt ihr ihn gesehen? Okay. Goldbarren. Aha. Herr mit dir. Ja. Ich will kurz zu... Um kurz zu verstehen geben, dass Secret Nummer 1 und 2 sehr dicht aneinander liegen, räumlich gesehen. Weil hier unten, hier drin haben wir ja Secret Nummer 1 bekommen. So hier unter uns. Und oben drüber Secret Nummer 2. Aber wo ist denn jetzt das Dritte? Ja, keine Panik. Das ist nicht so weit weg. Oder naja, okay. Es ist... Hat noch... Es ist noch ein bisschen bis dahin, aber... Äh... Liegt ganz am Ende des Levels. Alles Klärchen. Wir gehen nochmal hier rauf. Und die Musik triggert sich ständig die ganze Zeit wieder, wenn wir hier durchgehen. Aufs Neue. Diese... Dieses... Dieses... Ganz genau. Du sagst es, Bro. Das war nur ein Köder, ne? Für dich. Um dich zu triggern. Oh, warte mal. Da ist noch jemand. Ach ne, die sind draußen, ne? Wartet mal, wieso habe ich jetzt... Ich habe nochmal eine Schlüsselkarte Nummer 1 erhalten. Aber die passt doch gar nicht hier rein. Ach ja. Dann öffnen wir einfach jetzt mal die Tür mit dem Hebel. Also die Tür hinter dieser Tür. Ganz genau. So meinte ich das. Und jetzt... Kommt noch jemand. Äh... Moment. Hm? Ha. Boah. Der kann mich doch noch gar nicht gesehen haben. Aha. Alter. Wieso sind die immer so aggressiv zu mir? Ich kann das absolut nicht ausstehen. So. Dann einmal... Nummer 2. Hier rein. Behalten wir jetzt die Schlüsselkarte Nummer 1 jetzt für immer? Ach ja. Das ist natürlich jetzt wieder zu. Das ist bestimmt nur getimt oder so. So, das ist kein Block, den man verschieben kann. Nicht schlimm. Ah. Komm. Ach, und noch jemand. Habt ihr irgendwas bei euch? Nein. Und warum habt ihr mich dann angegriffen? Verdammt. Wenn ich nichts von euch ausrauben kann. WTF. Verdammt. Hiu. So. Moment. Wir springen dann erstmal eine kleine Runde. Und so, hier nach vorne. Aha. Puh. Man kann es mit Sicherheit viel besser anstellen. Bei diesem Spiel. Aber ich... Ich kriege es jetzt gerade nicht so hin. Aber wie gesagt. Ich will ja sowieso hier. Einfach hier. Hier. In diesem... Spiel. In diesem Let's Play. Einfach mich mal ein bisschen mehr chilliger geben. Ja. Deswegen bin ich wahrscheinlich jetzt nicht so wild beim Kommentieren wie immer. Haha. Wild. Ja. Ne. Ah. Wild. Joa. Weiß nicht. Ich bin sonst immer fleißig am rumquatschen. und bin jetzt hier zumindest ein bisschen sanfter drauf. So. Und irgendwas hat es doch mit diesen ganzen Blöcken auf sich. Ey. Ne, oder? Wo kommen die denn jetzt her? Dieses Dach ist sehr tückisch. Überaus. Tückisch. Ähm. Pass auf. Wenn ich jetzt hier stehe, kommt bestimmt noch jemand. Oder? Ne. Okay. Doch keiner. Oh, da liegt schon was. Ja. Und die Munition und Granaten. Aha. Hier aber nichts. Gut. Okay. Hm. Alles klar. Lass ich mal so stehen. Es ist niemand hier. Aha. Oh. Haben wir jetzt den Typ da getriggert? Oder warum? Warum kriegt der jetzt einen extra Kamerawinkel? Oh, warte mal. Ih, mir fällt jetzt was ganz Tolles ein. Na, toll nicht, aber ganz, ganz spezielles für den Kerl da ein. Habe ich noch nie so gemacht. Ist mir jetzt erst aufgefallen, dass man das so machen kann. Cool. Ja, im Übrigen, falls ihr die Uzzis noch nicht habt, dann bekommt ihr sie hier jetzt zum ersten Mal. Aha. Falls ihr sie im letzten Level vergessen habt. Ja, das ist aber auch so ein ganz bescheuerter Ort für die Uzzis, ehrlich. Dass man einfach mal so tief fallen muss, dass man nur noch so ein Pfützelchen Energie hat. Und dann einfach sich wieder hochheilen muss. Da kann man vielleicht so ein, sowas wie ein No-Mad-Pack-Run vergessen. Hm. Pass auf, jetzt kommt er zu mir rauf. Irgendwie, ne? Genau, einfach, weil du's kannst, Digga. Bam. Okay. Dann, bitte einmal hinunter, wenn's möglich ist, ohne Schaden. Ist irgendwas hier in dieser Schlucht? Wahrscheinlich nicht, ne? Ne, das ist einfach nur leeres Etwas. Nein, ach Mann, du sollst nach hinten, nach hinten, ich, du sollst, nee, du sollst nach hinten springen und dann, dann während dem, äh, dann während dem Sprung nach vorwärts und dann sollst du die Rolle machen. Oh Mann, Alter. Ich bin jetzt, wieso klappt das nicht? Bin ich echt jetzt zu, zu dumm für, für diesen Scheiß? Wartet mal. Da oben ist noch so ein Podest. Da liegt doch noch was. Hier, warte mal, wie komm ich da ran? Ach ja, simpel. Einfach raufspringen. Auch wenn's vollkommen verbuggt aussieht. Und jetzt holen wir die Automatik-Munition und sind wieder glücklich. Oh-oh. Da will uns jemand in Brand stecken. Ach, komm schon. Wieso versteckst du dich denn hier jetzt von abends? Oh. Habe ich komplett vergessen, dass ja diese Fässer noch zu uns zukommen. Junge! Ihr Flammenwerfer haltet nicht viel aus und du willst mir jetzt weiß machen, dass du jetzt so viele Schüsse auf einmal aushältst? Ach so, das sind zwei. Teufelig. Okay. So, Vorsicht vor rollenden Fässern. Das ist nicht lustig. Da kommen aber noch welche, habe ich so den Eindruck. Okay. Einer muss noch kommen. Oder? Waren das tatsächlich alle? Oh. Anscheinend ist die Schlüsselkarte Nummer eins, die zweite Schlüsselkarte Nummer eins. Nein. Gar nicht umsonst. Gefahr. Gefahr, Gefahr, Gefahr. Aber die Gefahr ist schon... ...schon beseitigt. Tja, so intelligent ist das Spiel leider nicht. Hä, 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 ja. Dass es die Musik einfach ausschaltet, wenn keine Gefahr bedroht, äh, wenn keine Gefahr da ist. Ja. Ich bin heute... Ich bin heute... Äh, ja, sorry. Ich bin heute ein bisschen irgendwie ein bisschen schläfrig. Deswegen bin ich wahrscheinlich in diesem Part voll... ...voll... ...nicht gut im Kommentieren. Ja, das hat jetzt nichts mit dem Chilligen oder so zu tun. Ich bin einfach jetzt gerade irgendwie so... Äh, heute ist irgendwie so ein richtiger... ...schlaftag. So was, so ein verpennter Tag. Für mich. Da klinge ich irgendwie nicht so... ...so heiter wie sonst immer. Oh, da hechelt schon jemand vor sich rum. Äh, wo, was, wie? Wer ballert da mit dem Flammenwerfer auf mich? Ernsthaft? Wow. Überraschung, Überraschung. Überraschung. Hast du, liebe Ecke, noch was... ...wie was preiszugeben oder etwas mir zu beichten? Nein? Okay. Dann kannst du beruhigt sein. Dann... ...nehme ich dich nicht aus. So, und da oben ist jemand, der wieder Stress haben will. Ja, klar, super. Er sieht mich... ...kann mich auch natürlich von hier unten treffen. Äh, so. Das ist voll unfair. Hallo, Lara, wieso siehst du den nicht? Bist du jetzt... ...bist du blind oder so? Ah, jetzt siehst du ihn. Klasse. 100 Punkte. ...ah, super. Super. Du kannst es ja doch noch. Hätte ich nicht gedacht. Okay. M16, komm zu mir. Munition. Aha. Hm. Weil du schon so freizügig da rumliegst. Noch was? Nein. Dann lassen wir das. Einfach wieder witzig anzusehen. Wenn man im richtigen, äh... Umsehwinkel oder im richtigen Kammerwinkel mit der Umsehtaste einfach mal sich dranhangelt und Lara da einfach so mitten drin steckt. Während dem Hängen. So. Folgendes. Wir sind hier definitiv jetzt an einem ganz mysteriösen Ort. Anscheinend. Wir haben zwei Secrets. Das letzte bekommen wir jetzt. Und es gibt im Grunde nur diese eine Chance. Wir sollten sie nicht verpatzen. Weil wenn wir einmal auf dieser Brücke sind, können wir da nicht mehr ran. Nur noch mit Hilfe eines Bugs. Und deswegen vorsichtig. Und ich will hier keinen Bug verwenden. By the way. Ach da. Da ballert schon. Ihr lernst wohl nie, ihr bekifften Gangster. Was? Secret Nummer 3 ist eingesammelt. Und diesmal hat Secret Nummer 3 sogar einen richtigen Secret Sound. Ja, ihr werdet wohl feststellen, dass es keine Belohnungen gibt, wenn wir alle drei Secrets in einem Level einsammeln. Das, äh, ja, ist definitiv, ist erzucht total anders zumindest. Im Gegensatz zum Original-Tuber-Hör 2. Aber, ah, 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 ah. Alter. Warum machen die das? Die wollen mich doch nur ärgern. Diese Arschlöcher. Ach ja. Und der Geier will auch was von mir, ne? Die können einfach nicht die Finger von mir lassen. Was hab ich denn bloß an mir? Dass alle was von mir wollen. Weg mit dir, ey! Na also, du bist zu Boden gefallen. Du bist wenigstens brav. Hattest du noch einen zweiten Kollegen hier? Ja. So, ich wollte jetzt noch was sagen zu den Secrets. Äh, wir schalten das fünfte Level frei, wenn wir alle Secrets in den vier Levels hier einsammeln. Ansonsten nicht. Ja, wir haben es schon gesehen. Albtraum in Vegas heißt das Level. Und ja. Haha. Vegas. Ja, das klingt irgendwie hier nicht... Das klingt nach einem ganz deutschen Ortswechsel. Ja, der wird auch stattfinden. Ohne jetzt groß voll zu spoilern. Aber... Ja. Das ist im Grunde eure Motivation, die Secrets einzusammeln. So, wir brauchen da noch sechs Stück. Insgesamt. Es gibt insgesamt zwölf. Ja. Gold ist Narren. Wird überschrieben. Schon wieder. Ja. Und jetzt runter da. So, Vorsicht. Nicht zu weit runter. Hier müssen wir... Sollten wir jetzt nochmal geschickt irgendwie springen. Denn man kann hier... Auch ordentlich Schaden kassieren. So, um die Maus kümmere ich mich jetzt nicht so. Aha. Ist mir jetzt egal, ob die jetzt mich anknabbern will. Ist mir kackegal. Soll sich was anderes suchen zum Anbeißen. Okay. Jetzt runter. Ja, ich empfehle euch im Übrigen auch rückwärts runter zu schlittern. Weil ihr sonst... Och. Schaden kassiert. Und zwar so... Hui. Plumps. Da hat... Da macht die Energieanzeige nicht mehr mit. Ja, und im Übrigen. Das hier. Das sieht ja jetzt mal vollkommen... Unheimlich aus. Wo um Gottes Willen sind wir hier? Oder um Himmels Willen. WTF? Was ist das? Aha. Okay, hier... Schwankt die Störung deutlich zu Industrie... Von Industrie... Atmosphäre zu Grabstädte. Atmosphäre. Aha. Ja. Alles klar. Okay, wir gehen einfach jetzt mal noch weiter. Und... Da hätten wir Gold des Narren auch schon abgeschlossen. Yeah. Yes, baby. Okay. Gold des Narren. 51 Minuten und 10 Sekunden haben wir dafür gebraucht. Schrägstrich benötigte Zeit. Gefundene Geheimnisse. 3 von 3. Ein paar Goldmünzen. Ein Gold... Drei Goldbarren und einen goldenen Schädel. Ja. Das ist so... So... Ja. So ein schöner Anblick, dass man rülpsen muss. Ins Mikrofon. Oh. Ja, okay. Besiegt die Gegner 56. Das ist schon eine krasse Menge. Ehrlich gesagt. Benötigte Munition 1591. Betreffer davon sind 1046. Und benötigte Mediapacks 1,5. Also ein ganzes und ein halbes. Und zurückgelegte Distanz für 4 Kilometer und 890 Meter. Okay. Super. So, Leute. Wisst ihr, was das bedeutet? Wir sind nämlich hier auch wieder an der 20-Minuten-Grenze schon wieder drüber. Was nicht schlimm ist. Aber wir widmen uns dann dem nächsten Level erst im nächsten Part, okay? Und ja. Aber ich drücke schon mal Enter. Und habt ihr schon mal einen kleinen Teaser für den nächsten... Für das nächste Level. Ja. Habt ihr gesehen? Das kleine Fuzzelchen. Ja. Mehr wird nicht verraten. Wir sehen uns dann das nächste Mal bei... Oh, vollkommen. Warte mal. Vielleicht können wir noch eine Sache machen zum Schluss. Diese Fackeln holen. Ja. Oder wir lassen es. Das empfinde ich sogar irgendwie als sinnvoller. Gut. Leute, ich mache hier Pause. Bis zum nächsten Mal. Euer Tim wie Esther Ralf. Und ciao. Ciao. Ach komm. Dieser Game-Over-Screen muss ja jetzt auch nicht sein. Komm. Wir laden jetzt. Einmal noch. Ja. Ein Erfolg zum Festhalten. Und zum... Aha. Ja. Super Erfolg. Ein super... Optim... Super... Schöne... Perspektive auf die Zukunft. So. Damit verabschiede ich mich jetzt. Tschüss. Tschüss. Tschüss.